Musik Ich möchte anfangen, heute Morgen bei einer Wahrheit zu sagen, wie er wahrscheinlich alle glaubt und eine Wahrheit wird manchmal wieder aktiv, indem wir es hören und glauben. Und manchmal wissen wir Sachen, aber sie gehen vom Glauben wieder ins Wissen hinein. Und Wissen hilft uns nicht viel. Wir müssen vom Wissen wieder in den Glauben reinkommen, kommt öfter durch den Heiligen Geist oder durch dieses Wort. Und ich möchte heute Morgen mal einen Satz sagen und wahrscheinlich glaubt ihr diesen Satz. Ich will ihn ganz neu aktivieren. Gott ist Heilung. Stimmt das? Gott ist Liebe. Gott ist Leben. Und das sind drei Wahrheiten, die da sind. Und trotzdem haben wir Mangel davon. Gott ist Heilung. Gott ist Liebe. In der Liebe ist Annahme. In dieser Liebe ist Vergebung drin. Und trotzdem fehlt uns ganz viel davon. Und ich möchte mal sagen, wir müssen wieder lernen, Gott zu begegnen. In die Gegenwart Gottes schon reingehen. Wenn du in die Gegenwart Gottes reingehst, dann wirst du spüren, es ist Liebe da. Es ist Heilung da. Es ist Annahme da. Und vielleicht heute Morgen werde ich ein Bild sprechen, was verhindert denn uns da rein zu gehen. Ich sage dir etwas, du wirst niemals Gott begegnen können durch deinen Verstand und auch nicht durch deine Gefühle. Sondern es geschieht nur in deinem Geist. Und dann gibt es etwas, was uns fast immer verhindert, in die Gegenwart Gottes reinzugehen. Und das ist Stress. Du kannst nicht als gestresster Rennen die Gegenwart Gottes sagen, ich bin jetzt der Gegenwart Gottes. Es geht nicht, weil deine Gedanken und deine Gefühle sind so aufgewühlt, dass du es nicht kannst. Und unsere Gefühle und unsere Gedanken sind so viel drin, Stress drin, und wir leben in einer Stresswelt. Und dieser Stress ist sogar in die Gemeinde und in die Kirche reingegangen. Stimmt das? Wir haben so viel Programmstress. Und ich möchte mal sagen, Kinder Gottes müssen lernen, in die Gegenwart Gottes gehen, wo sie Heilung, wo sie Vergebung, wo sie Annahme, wo sie leben, wo sie alles bekommen in der Gegenwart Gottes. Und das kostenlos. Für viele Leute ist es so, ein Begriff Gott zu begegnen, schwierig. Und es ist jemand gekommen, der hat uns geholfen. Und Jesus hat gesagt, ich bin das sichtbare Bild von einem unsichtbaren Gott. Und wenn du ein Problem hast mit dieser Person von Gott oder Gott, dann möchte ich dir sagen, es ist einfach ganz wichtig, dass du stehst. Jesus ist dieses Bild, wie uns hilft Gott zu verstehen, wenn etwas da fehlt, um ihn zu verstehen, wenn du vielleicht kein gutes Vaterbild hast oder etwas anderes hast. Jesus ist einfach dieses Bild, wie uns Gott mehr offenbart hat, wie jeder andere. Ich gebe euch mal ein Bild gegen Stress. Die Jünger waren auf dem Boden, es war ein Sturm, die Welle waren hoch. Und die werden alle gestresst. Panik, Todesängste. Und Jesus hat geschlafen. Das ist doch ein schönes Bild gegen Stress. Wenn du Stress denkst, dass Jesus schläft, du musst ihn nur wecken. Verstehst du? Du bist voller Panik und er ist entspannt. Er liegt da und sagt, Jesus, nicht in den Schüttel. Nein, ganz ernst, Jesus. Und du wirst sehen, wie dein Stress begeht, wenn du ihm begegnest. Und ich glaube, dass es etwas, wie wichtig ist, wie du diesem Gott begegnen. Nicht mit deinem Bestand, nicht mit deinem Stress, nicht mit deinen Gefühlen, nicht mit deiner Theologie. Sondern, ich will es mal so sagen, für einige Leute ist es vielleicht leicht, dass wir stehen, tief mit deinem Herzen. Es gibt Leute, die haben heutzutage so eine oberflächliche Beziehung. Und das ist so ganz, als Pastor möchte ich das sagen, habe ich das kennengelernt, wie ganz viele, meistens jüngere Leute, sich verlieben in die andere Person, mit der Überzeugung, sogar noch als Christ, das ist von Gott. Verlieben ist nicht immer von Gott. Du kannst dich auch verlieben in einen ganz okkulter Typ. Habe ich auch schon erlebt. Die Leute sind verliebt und sagen, weißt du, dann frage ich immer, kennst du ihn? Ja, komm mal vor, der liebt dieselben Autos wie ich, der hat dieselbe Musik wie ich, der geht in den selben Urlaub wie ich, der macht derselbe Sport wie ich. Das ist nicht jemand kennen. Das ist oberflächlich. Kennst du das Herz zum Anderen? Hast du eine Beziehung mit dem Herz zum Anderen? Ist es ganz tief drin? Und manchmal merke ich, dass Menschen oberflächlich sich kennen und nach kurzer Zeit gibt es Scheidung. Du hast den Anderen gar nicht gekannt. Du hast vielleicht Interesse gehabt an seinem Aussehen, an seinem Beruf und viele Sachen und es gibt Knatsch. Und ich glaube, es ist wichtig, eine Herzensbeziehung der Anderen von Herz zu Herz zu kennen. Und eine richtige Beziehung ist immer von Herz zu Herz. Es ist nicht Gefühl, es ist nicht Verstand. Kondas ist Herz von Herz. Du musst auch nicht jemanden heiraten, weil er dieselbe Glaube, dieselbe Religion hat wie du. Oder dieselbe Gemeinde hat und dieselbe Bücher liest. Sondern du musst das Herz zum Anderen kennen. Und wir haben öfters verloren diese Herzensbeziehung. Wir leben in einer Zeit, wo alles schnell geht, wo es oberflächlich ist, verstehst du. Wenn du jemanden triebst und in ein paar Minuten musst du ihn kennen, was macht das Beruf, wie alt er ist und das und das und das. Aber mit wie vielen Leuten hast du richtig eine Herzensbeziehung? Ich rede nicht eine Beziehung vom Seelsorger. Weißt du, wenn Leute zu dir kommen und erzählen, dass ihr alles, was furchtbar ist. Ich muss mal sagen, die kotzen sich fast aus. Alles da. Aber du kennst die Person trotzdem nicht. Du kannst erleben, als Seelsorger, dass jemand kommt und der erzählt, was alles schrecklich in seinem Leben ist, wie furchtbar es ist. Und ganz tief sein Herz siehst du nicht. Und das ist etwas, das möglich ist. Und ich glaube, wir müssen wieder entdecken, diese Herzensbeziehung. Was ist ganz tief in der Persönlichkeit im Herzen drin. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das auch mit Gott wieder finden. Diese Herzensbeziehung mit ihm, diese Gegenwart. Im Alten Testament gibt es ein ganz tolles Bild drin. Da gibt es ja diesen Vorhof, diesen Innenhof, das Heiligtum und das Allerheiligste. Eine Frage, war Gott auch im Vorhof? Ja, aber homöopathisch. Und ich glaube nicht, dass die Leute im Vorhof eine starke Gegenwart Gottes gehabt haben, sondern der Vorhof ist der Ort gewesen, wo man sich vorbereitet, um Gott zu begegnen. Im Vorhof tanzt man, im Vorhof hat man Lobpreis gemacht. Da haben Lieder der Freude gesungen. Und ich muss sagen, das hat seinen Platz und ist es okay. Auch in der Gemeinde ist es wichtig, dass wenn Leute kommen, dass sie Freude haben, dass sie sich begrüßen, dass sie hupfen und tanzen und dass sie Lobpreis machen. Ja, es ist alles okay, das ist gut, das hilft uns vielleicht vom Normalen ein bisschen runter zu kommen, die Emotionen raus zu lassen. Aber dann gibt es einen Moment, wenn wir von diesem Vorhof in den Innenhof reingehen. Und weißt du, noch die Juden durften in den Innenhof gehen. Die Ungläubigen durften auch im Vorhof rumhupfen. Aber es dürften nicht reingehen in dieses Ja. Und ich glaube, es ist wichtig auch, auch Ungläubige können kommen in den Gottesdienst und können im Lobpreis sagen, es ist tolle Musik, gute Atmosphäre, die Leute lieben sich und es ist ganz toll, ich fühle mich angenommen. Aber es gibt einen Moment, wo der Ungläubige nicht mehr rein kann in die Gegenwart Gottes, außer dass der Heilige Geist oder Jesus ihn ruft. Und er empfängt diese Wiedergeburt. Und da müssen wir offen sein dafür. Es gibt diesen Vorhof und dann gibt es dieses Heiligtum. Was ist denn dieses? Es gibt den Innenhof, wie du reingehst, wo du dich vorbereitest, um Gott zu begegnen. Ich liebe dieses Lied, wie man manchmal singt, während dem Lobpreis der Anbetung. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten dann. Und du spürst im Lobpreis, jetzt ist die Zeit von der Freude, Hosanna, die Berge verkündigen und plötzlich ist die Zeit drin, komm. Und du spürst, wie der Heilige Geist dich ruft, in diese, komm, in seine Gegenwart zu gehen. Das ist so, wie du einen Schritt machst in die Gegenwart Gottes hinein. Du willst jetzt in die Gegenwart Gottes reingehen. Und dieses Kommen, und das ist vielleicht ein Ort, wo wir uns vorbereiten, wie wir uns vielleicht auch reinigen, um dieses Heiligtum, da wo die Gegenwart Gottes stark ist. Da wo schon Heilung ist, da wo Befreiung ist, da wo Liebe ist, da wo Annahme ist, in diesen Ort reinzugehen. Also, ich überspringe ein bisschen, da gibt es dieses Allerheiligste. Und das ist, im Alten Testament dürfte der hohe Priester einmal im Jahr reingehen. Einmal im Jahr reingehen. Und da dürfte er reingehen, kannst du dir vorstellen, dürfte der hohe Priester einmal im Jahr für das ganze Volk da reingehen. Und dann dürfte er nicht mal reden. Kannst du dir vorstellen. Er geht dann in das Allerheiligste rein. Und wenn er geredet hätte, dann wäre er tot umgefallen. Und wenn ein Priester tot umgefallen wäre, dürfte niemand reingehen und ihn rausholen. Was haben sie dann gemacht? Da haben sie so eine Schnur und so einen Fuß gebunden. Und haben ein paar Glocke gemacht, ob er noch lebt. Und wenn er tot umgefallen wäre, hätte sie ihn rausgezogen, weil sie dürfte nicht in das Allerheiligste reingehen. Und dann starb Jesus am Kreuz und sagte, es ist vollbracht. Und dann ist der Vorrang zerrissen. Und das bedeutet, wir, weil unser hoher Priester von uns gestorben ist, dürfen in das Allerheiligste reingehen. Aber es hat sich etwas nicht verändert. Im Allerheiligsten, da wo Gott ist, ist es ein Ort, wo nur Gott redet und nicht die Menschen. Und nicht du. Du kannst dir das vorstellen. Du gehst in die Gegend von Gott, Stück für Stück. Du betest vielleicht vorher an, du machst Lobpreis, du betest ihn an, du machst dein Leben in Ordnung. Du gehst in das Allerheiligste rein. Und es ist ein Ort, wo Gott redet, wo du nicht mehr redest. Wo du nicht mehr betest. Und wenn ich die Menschen frage, das ist der schwierigste Ort, um reinzugehen. Weil deine Seele, meine Seele, die möchte reden. Die möchte Gott alles erzählen, was er sowieso weiß. Das ist doch menschlich gesehen Dummheit. Es kommen Leute zu mir und sagen, ja, Piero, hast du Zeit für mich? Und dann kommen sie, möchte ich mir die ganzen Probleme erzählen. Und dann sage ich, du, Gott kennt sie doch. Was willst du haben? Und so ist es auch für unsere Konstitution, unsere Seele. Die rattert immer. Die ist wie ein Hamster im Rad drin, die hört nicht auf. Und das verhindert uns, in das Allerheiligste reinzugehen. Ich liebe dieses alte Lied, seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Und weißt du was, wir müssen wieder als Christen lernen, stiller zu sein. Stiller zu sein vor Gott. Und wie willst du Gott hören, wenn du die ganze Zeit quatschst? Wenn du die ganze Zeit mit deinem Mann erzählst, Beispiel. Wie willst du zu Gott kommen, wenn du nicht aufhörst zu denken, zu reden, zu machen, zu plappern? Und ich glaube, das ist etwas, was wir verloren haben. Wir haben verloren dieses ruhig und still werden. Und wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich Leute vielleicht verletze, die Katholiken haben mehr Ahnung als wir. Manchmal haben wir so Charismatiker, wir sind so begeistert, dass wir nicht aufhören, loszumachen. Es gibt eine Zeit, wo Gott sagt, ich würde gern zu dir reden, aber wenn du still wirst. Und ich glaube, das ist so etwas, was wir wieder lernen müssen, auch als Gemeinde in die Ruhe, in diese Stile reinzukommen. Von Programme rauszugehen und in das Allerheiligste reinzugehen und ruhig zu werden, still zu werden. Und ich merke immer wieder, wenn man in diese Ruhe reinkommt, dann kommt die Gegenwart Gottes. Ich merke immer wieder, in einem Raum, wenn ein Raum ganz ruhig wird, ist es ein Zeichen, wenn die Gegenwart Gottes kommt. Wenn ein Raum unruhig ist, verstehst du, und die ganze Zeit die Flasche runterfalle, das mache auf die Uhr, schaue am Nachbarn, das Handy klingelt, dann merke ich, da kommt die Gegenwart Gottes gar nicht rein. Und da bleibt das alles auf dieser Ebene, das Hören von Theologie, von Predigten, aber Gott macht nichts mehr. Ich wünsche mir so von ganzem Herzen Gottesdienste, wo wir ganz wenig machen, wo die Prediger wenig machen, und Gott fängt anzukommen und zu wirken. Kannst du dir das so etwas vorstellen? Ich habe einen Freund von mir, und er war 20 Jahre Missionar in Rumänien. Dann hat er mal abends evangelisiert, und dann kommt der Bürgermeister und sagt, könnte sie kommen, meine Frau hat Krebs. Und er sagte, ja. Und er kam dann zu dieser Frau, und die hat Krebs gehabt, ziemlich so eine Endstation, sie lag schon im Bett, konnte nicht mehr aufstehen, und dann ist er hingegangen zu der Frau und hat sich ans Bett gesetzt, die Frau hat darüber erzählt von ihrer Krankheit, und dieser Missionar hat gar nichts gesagt. Und er blieb eine ganze Stunde sitzen und hat nichts gesagt. Und nach einer Stunde sagt er, so, ich wünsche euch, ich gehe nach Hause wieder, habe ich gegangen. Und die Frau stellt sich auf dem Bett auf und die schimpft, was denken Sie, wer? Sie sind, Sie kommen her, ich bin die Frau vom Bürgermeister und schimpft richtig mit ihm. Und böse Worte, er hat nichts gesagt, er ist heimgegangen. Der andere Tag ruft der Bürgermeister ihm an und sagt, können Sie nochmal kommen? Und er kamen nochmal. Und dasselbe saß ich ans Bett und hat kein Wort geredet und hat nicht gebetet. Und er ist wieder gegangen. Und die Frau war total gesund. Gott war es. Versteht ihr? Gott hat sie gesund gemacht. Nicht das Gebet. Gott hat es gemacht. Kannst du dir das vorstellen, dass so viel von Gott auf dir ruht, dass du jemanden besuchst, sitz dich nur hin und die Gegend war Gott, dass er auf dir ruht, heilt, befreit. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott so stark ankommen, dass du nicht mehr betest, dass du nicht mehr redest und blödlich merkst du, dass deine Knoten weg sind, dass deine Schmerzen weg sind, dass Ablehnung weg ist, dass es Drang redet zu müssen, dass es weg ist und dass du ganz ruhig wirst. Und blödlich ist Gott da und er macht es. Ich glaube, das ist etwas, wie wir lernen müssen. Wir müssen lernen, dass Gott kommt und dass wir schweigen in seiner Gegenwart. Wir müssen lernen, unsere Seele zu kontrollieren. Verstehst du? David sagt zu seiner Seele, komm mit, wir beten Gott an. Das bedeutet, die Seele wollte wahrscheinlich nicht, die Seele wollte vielleicht was anderes machen, aber er hat seiner Seele gesagt, wir beten Gott an. Du kannst in deiner Seele sagen, ich will es mal auf Deutsch sagen, halt die Klappe. Du kannst sagen, sei ganz ruhig, sei ganz ruhig, ich werde meinem Gott begegnen und meinem Gott eine Chance geben, dass er mich berührt und dass er zu mir redet. Wir müssen aufhören, in diesem Stress zu leben. Dieser Gott, der heilt, der kennt dich, er kennt deine Probleme. Stressmädchen, schäm dich. Meine Güte. Okay, wir machen weiter. Steht mal vor, mir wäre das Lernen, eine Stunde zu haben, in der Gegenwart Gottes ganz ruhig zu sein. Und dass Gott kommt. Ich habe einen Wunsch heute Morgen, dass Gott heute Morgen hier in diesen Raum kommt und dich berührt. Ich habe manchmal etwas dagegen, gegen diese Schnellverfahren. Das sind so programmiert. Ich auch. Kennt ihr das? Du gehst einen Automat und willst eine Dose Cola kaufen, machst einen Euro rein und du musst unter die Dose sofort rauskommen, und wenn sie nicht rauskommt, hilfst du mal mit. Und weißt du, diese Reflexe, ich gebe etwas und ich muss etwas bekommen, dass es menschlich was programmiert. Und da müssen wir aufhören mit Gott so. Und ich habe etwas dagegen, auch die Leute, wie so ein Predigerinnen, bitte jetzt von mir, schau, guck mal, ich habe da so ein jenes. Sofort. Und Gott will vielleicht etwas ganz anderes machen. Lerne, in das Allerheiligste wieder reinzukommen. Lerne es von diesem Stress rauszukommen. Lerne es wieder, dich zu entspannen. Weißt du, die Welt hat Sehnsucht nach Frieden. Die Welt lernt nach Meditation, nach vielen anderen Sachen, nach Yoga, um in die Ruhe reinzukommen. und wir als Christen davorrangigste Riesenbedürfen reingehen. Aber nicht mit Stress. Kannst du glauben, dass heute Morgen Gott kommt? Aber nicht in deinem Verstand, nicht in deinem Verstand, nicht in deiner Theologie, sondern dass du ruhig wirst. Und er macht es. Ich wette mit euch, dass die meisten von euch nicht fähig sind, drei Minuten aufhören zu denken. Warum? Weil das, was gewohnt ist, hört nicht auf. Drei Minuten ruhig zu sein, ohne zu denken. Es ist noch vielleicht dein Blick auf den Herrn gerichtet und er berührt dich. Er ist Heilung. Er ist Befreiung. Er ist Liebe. Es ist seine Gegenwart. Es gibt so ein Lied, das heißt in der Gegenwart seine Herrlichkeit, heißt es, glaube ich. Du bist so wunderbar. Macht vielleicht das Kippo davon nicht so laut. Und ich hätte gern das, was dieses Lied an. Entweder mitsingen, wenn du es kannst, oder du das Lied hörst und probierst, einfach abzuschalten. Jesus ist hier und er möchte dich in die Hand nehmen und er möchte dich in dieses Allerheiligste reingehen und sagen, werd ganz still. Dein Gott möchte dir begegnen. Dein Gott möchte da sein. Dein Gott möchte dir heute Morgen Heilung schenken. Nicht die Piero schenkt Heilung, sondern die Gegenwart Gottes macht es. In der Gegenwart seiner Herrlichkeit Gott ist so mächtig, Gott ist so mächtig, Friede für Ratgeber wunderbar, Ewige Vater, in seine Gegenwart in seine Gegenwart wirst du heim, in der Gegenwart in der Gegenwart seine Herrlichkeit, Gott ist so mächtig, Gott ist so mächtig, Friede füllen, Ratgeber wunderbar, ewige Vater, in seiner Gegenwart wirst du heil. In seiner Gegenwart wirst du heil. In der Gegenwart seiner Herrlichkeit, Gott ist so mächtig, Friede füllen, Ratgeber wunderbar, ewige Vater, in seiner Gegenwart. In seiner Gegenwart wirst du heil. In der Gegenwart seiner Herrlichkeit, Gott ist so mächtig, Friede füllen, Ratgeber wunderbar, Ewige Vater, in seiner Gegenwart wirst du heil. 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 Du stehst ganz kurz vor dem Herzinfarkt. Es ist so, wie der Feind es schon programmiert hat, durch deinen Stress. Und morgen kannst du das rückgängig machen. Nicht, dass es Gottes sofort ein Wunder tut, sondern Gott sagt, ich möchte, dass du von dieser Stresssituation rausgehst. Ich möchte, dass du die Zeit nimmst, in meine Gegenwart regelmäßig zu kommen. Und ich werde dein Herz heilen. Und du wirst keinen Herzinfarkt bekommen. Und du wirst nicht sterben an diesen Sachen. Ich sehe einige Frauen hier, wie mehr du in die Gegenwart Gottes kommst, wie mehr fängt dann dieser Schmerz rauszugehen. Du bist im Heiligtum, aber dieser Schmerz in dir drin, dieser seelische Schmerz behindert dich, um das Allerheiligste reinzugehen. Und ich möchte einen Moment bleiben, einfach vor dieser Tür stehen. Und ich soll dieses Lied nochmal hören. Und dann wirst du deinen Schmerz vielleicht rausheilen. Er wird weggehen. Und dann wirst du in das Allerheiligste reinzugehen. Da, wo Gott zu dir redet. Dein Schmerz verhindert dich, in das Allerheiligste reinzugehen. Der Schmerz wird rausgehen durch deine Tränen. Der Schmerz hat keine Angst davor. In der Gegenwart Meine Helligkeit Gott ist so mächtig Gott sei Dank. Friede fällt Gott sei Dank, Friede fügt. Ratgeber wunderbar, Ewiger Vater, In seiner Gegenwart wirst du heil. In der Gegenwart seiner Helligkeit, Gott ist so mächtig. Friede führe, Ratgeber wunderbar. Ewiger Vater, in seiner Gegenwart wirst du heil. Ich spüre gerade heute Morgen, wie der Herr mir gesagt hat, sag meinem Volk, es werden turbulente Zeiten kommen. Wo Ängste über die Erde kommen, wie auch über Europa. Wo der Geisterangst Platz mit einnehmen. Wo Leute plötzlich egoistischer werden. Und ein Kampf wieder entstehen. Gott hat gesagt, ja, wir lernen meinem Volk, noch mehr in die Ruhe reinzugehen. Gerade in diesen Momenten, wo die Wolken vielleicht so bedrohlich werden, keine Hektik machen, sondern in die Ruhe kommen. Gott wird immer einen Ausweg haben. Gott wird unser Versorger sein. Gott möchte ganz nah mit uns reden. Wenn wir lernen, in die Ruhe Gottes reinzugehen. Wenn wir lernen, in die Ruhe Gottes reinzugehen, wird Gott mit uns reden. Stress wird uns in Gefahr bringen. Mit morgen haben wir Gott gezeigt, diese Menschen da. Vielleicht wegen der Situation, wegen der Geschäftswelt oder anderen Sachen. Du warst so lange im Stress drin, dass dein Herz total in Gefahr ist. Von Herzinfarkt und von, ja. Und der Herr hat gesagt, es wird rückgängig machen. Wenn du bitte lernst, in meine Ruhe zu gehen, dann werde ich dich heilen. Denk nicht, kommst nach vorne und jemand betet für dich und dann gehst du weiter zum Stress. Es wird sich nicht verändern, sondern lerne in meine Ruhe zu kommen. Es ist die Zeit, wo Gott sein Volk ruft, in einen Schabbat zu gehen. Auf ihn zu hören. Die Zeit des großen Stresses wird aufhören, auch in christlichen Kreisen. Da werden sie in die großen christlichen Werke zusammenbrechen werden, weil sie unter Ängste kommen und in den Stress reingehen und werden sich von Gott entfernen. Und du wirst sehen, wie Menschen sich zurückziehen und in die Ruhe Gottes reingehen. Und sie werden von Gott empfangen. Und sie werden Ruhepole sein im Land. Und sie werden Friede ausstrahlen. Und sie werden wie Häfe sein, wo Menschen mit ihren Booten rein werden fahren. Wenn du diese Friede Gottes bekommst, wirst du wie ein Hafe sein. Und Leute, die draußen sind im Sturm, werden kommen zu dir. Und die wirst du in die Gegend bei Gottes reinbringen. Die Zeit des Stresses soll aufhören für das Volk Gottes. Sonst ist das Volk Gottes. Sonst ist das Volk Gottes in Gefahr. In diesen Zeitgeist, diese dämonischen Mächte, die gerade am Kommen sind, reinzugehen. Ich sage euch, ich möchte kein, ich würde lieber andere Sachen sagen, aber es werden Turbulenzen kommen. Und ganz besonders über Europa, wie wir noch nie gesehen haben. Aber es ist der Plan Gottes. Und es wird der Unterschied sein, von Leuten, die in die Ruhe Gottes rein gehen. Sie bekommen Heilung. Sie bekommen Friede. Es wird der Unterschied sein zwischen diesen Menschen. Und die wie nur noch rennen im Stress drin. Es wird der Unterschied sein. Heute Morgen behalten wir die Botschaft in deinem Herzen drin. Und ganz besonders, wenn die Stürme kommen, wenn die schlechten Nachrichten kommen. Denk dran, Gott lacht über seine Feinde. Du kannst in die Ruhe Gottes reinkommen. Wenn du heute Morgen da bist und du hast, du weißt das, so wie ein Stein auf deiner Brust. Du weißt, dass da eine Gefahr ist, weil dieser Stress dich so nervlich berührt hat. Und du möchtest heute Morgen Gott sagen, Gott, ich möchte dir Gelübde machen. Ich werde in die Ruhe, in deine Ruhe, ich werde in dieses Allerheiligste mehr Zeit nehmen, in dein Schabbat zu gehen. Ich möchte heute Morgen dir Gelübde machen. Ich werde mich nicht von diesem Stress schieben lassen, sondern ich werde Stopp machen öfters in die Ruhe Gottes gehen. Da liegt deine Hand auf deinem Herzen. Vater, du siehst, wie wir alle so getrieben waren. Wir waren getriebene Kinder, obwohl du uns versprochen hast, an auch der Ruhe zu geben. Vater, diese Flur, wie du ausgesprochen hast, über dein Volk, wie du gesagt hast, die werden nicht mehr in die Ruhe Gottes kommen. Dieser Flur soll nicht sein für uns, sondern die Tür soll offen sein, dass wir in die Ruhe Gottes reinkommen. Dass wir in diesem Heiligtum leben können, dass es der schönste Ort ist, da wo du da bist, da wo du redest. Da wo du deine Kinder beruhigst, wo deine Kinder Glauben schenkst und deine Kinder Hoffnung schenkst. Wo deine Kinder wieder die Augen aufmachst, dass sie sehen können. Wo deine Kinder wieder Liebe empfangen können. Heute Morgen lass diesen Ort einen Moment offen sein. Empfangen heute Morgen, dass dein Herz ganz ruhig wird. Dass du diese Glauben bekommst, wenn du nach Hause kommst, wird ein frisches Leben anfangen. Ein Leben, wo du in die Ruhe reinkommst. Ein Leben, wo du in die Ruhe reinkommst. Ein Leben, wo der Geist des Stresses an deine Tür anklopfen wird und du wirst ihn nicht mehr aufmachen. Der Ort der Ruhe ist offen für dich. Bleib nur einen Moment drin. Sing das Lied nur einmal und die, die es noch sehnsucht haben, es mitzusingen. Sing es einfach mit. In der Gegenwart Seine Herrlichkeit Gott ist so mächtig. Gott ist so mächtig. Friede erfüllt. connecte 発. Wunderbar, ewige Fahrten, in seiner Gegenwart wirst du heil. In der Gegenwart seiner Helligkeit, Gott ist so mächtig. Friede füllen, Rat gebe wunderbar. Ewige Fahrten, in seiner Gegenwart wirst du heil. In seiner Gegenwart wirst du heil. In seiner Gegenwart wirst du heil. Oh, die Herrlichkeit seiner Gegenwart. Sie erfüllt mich mit Erfolg. Unser Lob ist der Traum, wo deine Herrlichkeit wohnt. Deinem Herzen sind wie Sonja. Deine Gegenwart, sie ist offenbar. Oh, die Herrlichkeit. Seine Gegenwart, sie erfüllt uns. Mit Erfolg. Unser Lob sei der Traum, wo deine Herrlichkeit wohnt. Deinem Herzen sind wie Sonja. Deinem Herzen sind wie Sonja. Unser Lob ist der Traum, wo deine Herrlichkeit wohnt. Deinem Herzen bin ich so nahe. Deinem Herzen sind wie Sonja. Deine Gegenwart, sie ist offenbar. Deinem Herzen sind wie Sonja. Deine Gegenwart, sie ist offenbar. Oh, sie ist, sie ist auf der Wand, oh, die Helligkeit. Seine Gegenwart, sie erfüllt uns. Mit Erfolg, unser Lob sei der Traum, wo deine Helligkeit wohnt. Deine Gegenwart, sie ist offenbar. Sie ist offenbar. Sie ist offenbar. Fließt von Gottes Traum. Unser Lob ist der Traum für deine Helligkeit. Und deinem Herzen bin ich ganz nah. Deine Gegenwart, sie ist offenbar. Sie ist offenbar. Oh, sie ist offen. Die Tür ist offen für dich. Die Tür ist offen. Sie ist offen. Sie ist offen für dich. Die Tür ist offen für dich. Die Tür ist offen. Sie ist offenbar. 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 Zu bohnen. Sie ist offenbar. Sie ist offenbar. Wette da, Jesus, wette da, Jesus. Wette da, Jesus, wette da, Jesus. Wette da, Jesus, wette da. Wette da, Jesus. Wette da, Jesus. Wette da, Jesus. Wette da, Jesus. Wette da, Jesus, wette da, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Mein Herz schlägt Höhe, wenn ich dich sehe. Jesus, Jesus. Mein Herz wird ruhig, wenn du vor mir stehst. Und ich sage dir heute, dass ich dich liebe. Denn du hast mich zuerst geliebt. Denn du hast mich zuerst geliebt. Jesus, Jesus. Jesus. Rufe deinen Namen an. Jesus. Ich rufe deinen Namen an. Jesus. 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 Ich klopfe an deine Tür und mir wird aufgetan. Jesus. 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 Ich sage dir, dass ich dich liebe und du bist alle Tage bei mir, bis an der Weltende. Gibt mir deinen guten Heiligen Geist, der mich in alle Wahrheit führt. Bis ich dich einmal sehen werde, Herr. Oh, deine Herrlichkeit. Die Tür ist offen für mich. Die Tür ist offen für mich. Und ich laufe dir entgegen, ich springe dir entgegen. Oh, ich laufe dir entgegen, ich tanze dir entgegen. Ich springe dir entgegen, so wie du mich gemacht hast. So nimmst du mich an, Herr. Du und ich. Ich bin dein, du bist mein. Ich bin dein, du bist mein. Brauch mich nicht fürchten, Herr, denn du bist bei mir. Herr, du bist mein stecken und stark, die trösten nichts. Der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Er weide dich auf eine grünen Aue, führ dich zu frischem Wasser und salb dein Hauptmittel. Ich salb dein Hauptmittel und salb dein Hauptmittel und schenk dir den Becher ein. Ich salb dein Hauptmittel und gib dir zu trinken. Oh, schmecke und sehend, wie gut der Herr ist, seine Güte, seine Gnade, seine Herrlichkeit. Komm, komm, komm. Komm, komm zum Thron, die Gnade, die Tür ist offen, die Tür ist offen, die Tür ist offen. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Untertitelung des ZDF, 2020